Luciano Receconi war bei Lazio eine absolute Ikone. Er machte nicht nur über 100 Pflichtspiele für den Verein, sondern führte ihn 1974 zur allerersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Drei Jahre später, am 18. Januar 1977, machte er in einem Juwelierladen einen schlechten Scherz und wurde daraufhin sofort erschossen. Italien Mitte der 1970er Jahre. Ein Ort der Sehnsucht mit schönen Städten, mit viel Romantik und sehr gutem Essen, war zu einem politischen, gesellschaftlichen Pulverfass mutiert worden. Wichtige Lebensmittel wie Nudeln oder Spaghetti waren im Land der Pasta knapp geworden. Auch legale Drogen wie Zigaretten waren im Land der leidenschaftlichen Kettenraucher weniger geworden. Aktuell gibt es im Land viele streikende Arbeiter aller Ort, wütende Bürger, die sich vom Staat und ihrer Regierung hintergangen fühlten. Währenddessen wird die Brigatte Rosse, eine ähnlich wie die RAF hier in Deutschland, linksextreme Terrorgruppe immer radikaler und gefährlicher. Sie zielen durchs Land, verüben Anschläge, morden gezielt Menschen, verteilen Badeverbot und entführen Menschen. Eben da sorgte Lazio für Wirbel. Ein Team, die in sich geschlossen ein Abbild der kritischen Zeit in Italien zeichnete. Gespalten, zerstritten, zerstört, vor allem aus politischer Sicht, ergeben sich einige Lazio-Spieler dem Faschismus, der das Land jahrelang in den Ruin getrieben hatte. Während die andere Gruppe im Team nicht damit anfangen konnte. Die Spieler waren so stark zerstritten, dass sie nicht miteinander auskommen können. Ein Teil der Mannschaft zog sich deshalb auch lieber in der Gästekabine um, ehe es auf den Trainingsplatz ging, wo es häufiger äußerst brutal zugeht und viele Trainingseinheiten atten schnell in brutale Schlägereien aus. Nur ein Spieler verstand sich mit beiden Lagern sehr gut und bildte somit das Bindeglied in einer gespaltenen Truppe. Luciano Reciconi, der Sohn einer Bauernfamilie, der im Lombardischen Neviano zur Welt kam, entwickelte sich zum absoluten Fanliebling. Spitznamen bekam der Mittelfeldspieler, den man heutzutage wohl als Box-to-Box-Spieler bezeichnen würde, im Laufe der Jahre sehr viele. Concio Netzer, beispielsweise in Anlehnung an Günter Netzer, der zu jener Zeit bei Borussia Mönchengladbach glänzte, ebenfalls geläufig im Zusammenhang mit Reciconi, also Le Angelo Binondo, der blonde Engel. Reciconi begann seine Karriere bei Pro Patria Calcio und wechselte später zu Us Fugia, ehe er sich im Jahre 1972 Lazio anschloss und wurde vor allem wegen seinem enormen Kampfgeist extrem geschätzt. Er galt als normaler Charakter, was im Hinblick auf Teile seiner Mannschaft eher außergewöhnlich war. Das Verrückte daran, wenn es in der Serie A ums Ganze ging, funktionierte das Team hervorragend. So gut, dass sie in der Saison 1973-74 erstmals in der Geschichte Lazios den Scudetto gewannen. Und durch die Leistungen der Mannschaft ließ auch die Anhänger der Adlerträger kurzzeitig vergessen, wie prekär ihre eigene Situation gerade war. Am Abend des 18. Januar 1977 betraten Reciconi und sein Teamkollege Pietro Gedin ein Juwelier in Rom. Die beiden Lazio-Stars galten in der Hauptstadt als absolute Spaßvögel. Tauchte das Duo irgendwo auf, war Ärger eigentlich schon vorprogrammiert. Was aber dann passierte, konnte bis heute nicht richtig geklärt werden. Luciano betrat mit seinem Kollegen vermummt den vorhin angesprochenen Juwelier und schrie Scherz ab. Keine Bewegung, das ist ein Überfall, worauf der Besitzer des Ladens seine Waffe zückte und Luciano auf der Stelle erschoss. Der Held von Lazio brach auf der Stelle zusammen und soll im Sterben noch Era Undo Scherzo, Era Undo Scherzo, es war nur ein Scherz, gesagt haben. Und eine halbe Stunde später wurde er im Krankenhaus für tot erklärt. Was Luciano davor nicht wusste, ist, dass der Laden, den er geprankt hat, erst vor kurzem, schon insgesamt zweimal in kurzer Zeit Opfer eines Raubüberfalls wurde. Wo sogar zwei Menschen von den Tätern erschossen wurden und dann ums Leben kamen. Luciano Reciconi starb mit 28 Jahren und hinterließ seine Ehefrau, zwei Kinder und einen ganzen Verein. Der Ladenbesitzer musste sich zwar vor Gericht erklären, aber bekam am Ende natürlich wegen Notwehr weder eine Gefängnisstrafe noch irgendwelche Konsequenzen. Dass der Kontext der ganzen Geschichte tatsächlich so passiert ist, ist bis heute sehr umstritten und es gibt mehrere Versionen, Gerüchte oder Theorien rund um die Story. Ja Leute, das war's mit dem Video. Wer ist eurer Meinung nach der Täter? Wer ist das Opfer? Bitte, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, sehr kontrovers, deswegen diskutiert bitte fair und vernünftig in den Kommentaren. Ich würde euch auch noch gerne bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Zurzeit stücke ich sehr viel Schweiß und Mühe in meinen Videos und mache auch sehr viele außergewöhnliche Themen, die im deutschen Bereich eher ungewöhnlich sind und deswegen auch nicht so klickstark sind. Deswegen würde ich mich auf ein Like, ein Abo und ja klar, dass ihr auch noch auf der Glocke drückt. Darüber würde ich mich freuen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das war's mit dem Video, bis nächstes Mal und ciao.